Da ist er! Da ist er! Da ist er! Jesus! Jesus! Ich bitte dich, rette meine einzige Tochter. Hel hat Mitleid. Sie ist erst zwölf Jahre alt und todkrank. Bitte komm mit mir. Jesus! Ja, Iris, es tut mir leid. Komm doch. Jesus! Deine Tochter ist gestorben. Bemühe den Meister nicht länger. Sei ohne Furcht. Glaube nur, dann wird sie gerettet. Ja, jetzt streck's. Entschließ. Der ist flotter. Oh, nein! Oh, nein! Uh, nein! Oh, nein! Oh, nein! Oh, nein! Sie ist nicht gestorben. Sie schläft nur. Mädchen, steh auf. Gebt ihr etwas zu essen. Sagt keinem was hier geschehen ist. Sie ist nicht gestorben. Sie ist nicht gestorben. Sie ist nicht gestorben. Sie ist nicht gestorben. Sie ist nicht gestorben.